Liebe Freunde, wir sind hier im MOS-Studio in Bitburg auf dem Flugplatzgelände. Mega geil, wir haben gerade unsere Sessionsprobe hinter uns gebracht, damit der Sound auch wirklich überall geil klingelt. Haben uns, glaube ich, auch gut hinbekommen und wir haben diese drei wunderbaren Menschen dabei. Nur mit Bläser als ganz besonderes Gimmick bei ein paar Auftritten dabei. Wir freuen uns sehr, war gerade eine mega geile Probe. Leckchen Schnee. Wir sind jetzt in Krömen angekommen, haben noch ungefähr eine Stunde, bis das geht und bereiten uns jetzt gleich vor. Wenn ihr die Mädels greifen, wir müssen auf die Bühne. Wir freuen uns riesig. Abfahrt! Ich Nazi-LAU! Ich kenne meine Dörtelte, eget ata und eb. Ich kenne meine Dörtelte, den Skob mein. Ich kenne meine Dörtelte, diesen Kommentar 2018. Ich kenne meine Dörtelte, den Skob mein. Ich mache meine Dörtelte koende, bis das � die slip bei Aun Chancellor. Hey, hey.